Herzlich willkommen beim Entwicklungsdienst Retscher Augenoptiker. Schenke einem Menschen einen Fisch und er wird einen Tag lang satt. Oder lehre ihn das Fischen und er wird ein Leben lang satt. Diese chinesische Weisheit und Wahrheit treibt uns immer wieder an, Menschen in anderen Ländern das Handwerk der Augenoptik beizubringen. Wir bilden junge Menschen weltweit zur Optik hinaus, mal in Blitzkursen und an anderen Orten mit einer mehrjährigen fundierten Ausbildung. Das Handwerk der Augenoptik ist geradezu prädestiniert, in Entwicklungsländern gelehrt zu werden, denn wir können in einem überschaubaren Rahmen in relativ kurzer Zeit andere Menschen glücklich machen. Wir bilden aus und das ist einzigartig. Wir gehen in die Länder, von denen eine Anfrage kommt. Das heißt, eine Organisation muss einen Antrag stellen, der dann sorgfältig geprüft wird. Schließlich kostet ein Einsatz in einem fernen Land sehr viel Zeit, Geld und Kraft. Und wenn wir wieder abreisen, soll eine funktionsfähige Werkstatt hinterlassen werden und kompetente Optiker erfolgreich am Werk sein. Selbstständig. Denn selbstständig ist nachhaltig. Ja, das ist Muon Optio Center, von Malawi, Central-Afrika. Das ist ein von der Projekte und ADA von Deutschland. Wir sind optikäns hier in Malawi, nur wegen dieser Projekte. Vielen Dank, Sir. Vielen Dank für mich trainiert, wie die Ideas sind. Ich denke, ich bin der erste übrige Optiker hier in Bagunzillam. Wir betreuen noch eine Weile aus der Ferne, damit alles rund läuft. Nicht selten kommt noch ein Folgeeinsatz zustande, denn Fortbildung tut allen und überall gut. Finanziert werden wir durch Spenden, sei es Geld, neue Brillenfassungen und wir bekommen Tausende von der Industrie und gebraucht Geräte von Kollegen, die wir sorgfältig auswählen, dann verschiffen oder im Koffer mitnehmen. So arbeiten wir seit über 20 Jahren allermeist erfolgreich zum Wohl der Menschen dort. Und glücklich sind wir, wenn unsere Trainees zu glücklichen Optikern werden und selbst fischen können. Und so bringen wir, wenn unsere Trainees zu erinnern können. Und so bringen wir, wenn unsere Trainees und die Überdenung wird, sind wir sehr viele, sehr viele. Vielen Dank.